Musik Ich heisse Gassmann André. Ich komme von Dammersel. Ich habe einen 2012 Polierschub als Hochbauer gemacht. Ich bin Anfang des Jahres in Spätzteifbau zu der Firma Birchmeier. Ich bin Michael Fuchs. Ich bin seit drei Jahren bei der Firma Birchmeier. Ich bin Maschinist-Vorarbeiter und darf hier mit diesem schönen Libea 3,55 fahren. Wir haben ein sehr tolles Leica-System, das tiptop funktioniert. Es gibt einen neuen Ersatzbau für die Wasserpolizei in Zürich. Hier gibt es Anlegestellen für die Boote und hinten tragen sich ein neues Gebäude. Mein Tag sieht aus. Ich komme am Morgen früh. Ich mache den täglichen Rundgang. Ich lasse die Geräte alle laufen, die Leica-Geräte. Ich schaue, ob die Signale alle vorhanden sind. Ich schaue, dass meine Pfähle bereit sind. Ich schaue nach dem Plan, wo die Pfähle alle sind. Und dann fange ich an mit den ersten Pfählen. Vorher hat man immer einen Polier gebraucht, der einem das Zeug absteckt und kontrolliert. Und da kann man einen Mann einsparen, weil man das alles auf dem System oben hat. Und kann es so genau positionieren, auf 1 cm genau. Es geht natürlich viel einfacher. Man muss nicht in jeder Folge abstecken. Man kann die Maschine erst einfach selber reinfahren. An dem richtigen Ort muss man nichts anzeichnen. Man hat einfach einen Arbeitsgang gespart. Das bedeutet das, Zeit einsparen. Einfache Arbeitsschritte mit genauigkeit vor allem. Früher haben wir die von einer Absteckfirma abstecken lassen. Aber da muss man immer eine gewisse Pfähle abstecken lassen. Und wenn die Absteckung voll kaputt war, gab es dann schon ein Problem, um die Pfähle wieder herzustellen. Das hat sich schon vereinfacht mit dem Leica-System. Man spart natürlich auch einen Mann ein. Das ist viel Geld, das man einsparen kann. Und einsparen kann man 5 Minuten pro Fall. Und das macht halt auf 20 am Tag eine Menge Zeit aus. Und ein Menge Geld. Viel angenehmer zum Arbeiten. Ruhiger. Man kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Also viel schöneres Arbeiten. Lieblingsprodukt? Ja, eigentlich schon das GPS. Der Stock. Oder jetzt auf der Maschine ist es natürlich noch vielgebiger. Wenn ich vorher nur den Stock gekannt habe. Und vorher habe ich im Hochbau gearbeitet. Und da haben wir natürlich die Leute immer gebraucht. Aber das braucht es natürlich hier nicht. Das wäre jetzt genau. Aber das ist natürlich auch super. Beides ist das Richtige am richtigen Ort.